Entstehung, alles einigermaßen harmlos da draußen an der Ecke, aber die Vierter kriegen keinen Druck auf den Ball. Dann der Pass in die Mitte und rein ins Glück unter die Latte, gezimmert, förmlich, klasse Treffer von Tobias. Entstehung, alles einigermaßen harmlos da draußen an der Ecke, aber die Vierter kriegen keinen Druck auf den Ball. Dann der Pass in die Mitte und rein ins Glück unter die Latte, gezimmert, förmlich, klasse Treffer von Tobias.